Und der nächste Dreier, Jörg Steak. Foul und die Chance auf ein Red One. Da wurde es ganz dunkel. Der Jörg Steak will den Jungen fangen, obwohl er auch 1,98 ist, aber gegen LG und der sich da nicht durchsetzt. LG versucht den Dreier, überlegt sich, gibt da doch den Dunk gegenüber Chapman, feiert den noch ein bisschen ab. Ja, soll das was werden, das soll was werden, das sah man schon im Ansatz. Einer unserer Dunking-Spezialisten in Texas, Preston Furifoy. Ach, Alehu von El. Musik 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 Musik